Jetzt kommt die Rache! Ich aktiviere den Rangsteigerungszauber! Start für die Phantomritter! Mit dem und mit finsterer Rebellions-Exis-Drache zusammen beschwöre ich ein Monster, das einen Rang mehr hat! Der Drache aus der trostlos schwarzen Tiefe! Kaltblütig, kraftvoller, kompromissloser Kämpfer! Er hilft mich und beherrschte die Lüfte! Los! Rangsteigerungs-Exis-Evolution! Erheb dich, finsterer Reckliem-Exis-Drache! Wenn ich jetzt ein Exis-Material abhänge, übernimm finsterer Reckliem-Exis-Drache alle Angriffspunkte von Dystopia! Reckliem-Rache! Ich hänge ein zweites Exis-Material ab und aktiviere den zweiten Spezial-Effekt meines finsteren Reckliem-Exis-Drachens! Jetzt kann ich meinen finsteren Rebellions-Exis-Drachen vom Friedhof zurück aufs Feld holen und Dystopias Spezial-Effekt wird annulliert! Finsterer Reckliem-Exis-Drache! Greift Dystopia an! Marie Kölz! Finsterer Vernichtung! Finsterer Vernichtung!